Um es mal festzuhalten, es ist eine Akazie mit den ganzen kleinen Wiesenstacheln. Am Hals ist ein Gebranntmarkt, mit Schatten drauf. Es tut beim Hinhören schon weh, aber wie man sieht, ist hier nicht viel anderes zu essen. Das ist ein Gebranntmarkt, mit Schatten drauf. Das ist ein Gebranntmarkt, mit Schatten drauf.